Ah, ein Teleporter! Na Mädels? Entschuldigung. Was ist das? Was ist denn das? Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Jaaa, Zerstörung! Ich dachte da kommt noch was. Irgendjemand was nicht mochte, dass ich hier Sachen kaputt mache. Dann nehmen wir uns jetzt hier hinten die Hast. Yay! Wir sind viel schneller. Vielleicht treffen wir noch auf ein paar. Ihhh, stürmen mich nicht an, ja? Sind mir ein bisschen unangenehm. Hallo? Hallo? Jemand? Jemand? Jemand da? Jemand da? Hallo? Ach da! Aua! Ja, gut ausgewichen Junge. Gut ausgewichen. Kann ich mal ganz kurz hier rüber hüpfen? Pinky kommt sonst. Kann ich mal ganz kurz hier rüber hüpfen? Maul halten. Pinky? Guck mal! Kannst du mir ins Messer laufen? Ja, haha, du bist mir voll ins Messer gelaufen, du Pfeife. Oh, guck mal hier. Oh ja, ne, doch nicht. Oh, guck mal hier. Jam, 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 jam. Lecker! Sehr gut. Hey, lass das! So, Maul halten. Maul halten. Maul halten. Haha, der ist aber sehr hoch gesprungen. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. So, der ist auch weg. Hatten wir hier nicht noch irgendwo einen Verstärker? Maul halten. Wir hatten hier noch irgendwo... Ich hab hier, ich hab hier einen gesehen. Ich hab hier einen gesehen. Aber wo? Ich bin mir komplett sicher. Komplett sicher? Sagt man das so? Ich glaub, eher weniger sagt man das so. Wo hab ich den denn jetzt gesehen? Und ist das nur noch für diesen einen Dämon? Der wäre ja auch in Verschwendung. Ob der sich verarscht vorkommt? Ich hoffe nicht. Das möchte ich irgendwie nicht. So, wo ist jetzt der Verstärker? Irgendwo hab ich den noch gesehen. Der war lila. Ich schwör's. Ich bin nicht verrückt. Ah, okay. Ich bin scheinbar doch nicht mehr ganz... ganz bei Sinnen. Ich muss auch mal kurz das Maul halten. Hey. Gehst du mal... Gehst du mal weg, bitte? Danke. Danke. So, wo ist jetzt der Verstärker? Jetzt brauch ich den. Bitte. Irgendwo. Hey, ich bin mir doch sicher, dass ich den gesehen hab. Ich bin doch nicht doof. Maul halten. Gib mir den Verstärker. Du hast ihn. Ah. Maul halten. Maul halten, hab ich gesagt. Der war hier doch. Ich bin mir so sicher. Ich bin mir... Ich bin mir so sicher. Das ist unfassbar. Hier, da haben wir ihn doch. Danke. So, jetzt muss ich nur noch den Rest finden. Hallo? Irgend... Irgendwer? Hallo? Ich bin verstärkt. Ah. Oh, der ist schon tot. 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 Ja, das ging schnell. Ja, das ging schnell. Dominator. Aha. Ja, okay. Will gar nicht wissen. Wer war das? Was ist da los? Ich hab einen Wumms gehört. natürlich maul halten gehst du bitte weg niemand mag dich niemand mag dich es nicht zugehört niemand mag dich war das von oben ich glaube ich glaube wir sind zu klein zu klein war sonst noch irgendjemand ja da schießt noch einer wie es ist ich habe keine granate entschuldigung ich wollte ich wollte dein hoppla ja tot von oben und auf einmal lag den kopf mehr das ist mir ein bisschen unangenehm das wollte ich das wollte ich jetzt weniger muss ich sagen wollte ihn jetzt nicht kopflos machen entschuldigung passiert soll nicht passieren aber passiert so ekelhaft danke da geht es weiter ansonsten haben wir hier nur noch geringfügig etwas sehr geringfügig da hätten aber noch ein bisschen leben paar raketen ein teleporter wo ein blut ein blutwasserfall komme von den teleporter ich glaube schon oder ich habe von den teleporter kommen wir dunst liegen hier auf jeden fall noch ein paar sachen rum die ich gerne hätte hier aber darauf hallo da muss auch erst mal rechnen dass du durch wände laufen kannst happy birthday was ein cooles geheimnis hallo oh 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 tschuldigung ich wollte mich hin hocken ich habe es kaputt gemacht scheiße naja passiert jähähähähähäh voll assi alter gut dann würde ich mal sagen treten wir in den teleporter so haben wir denn wirklich oh huch was ist das denn hier mit der karte oh da ist noch ein f jetzt alter was ist mit der karte los die bewegt sich von alleine hilfe hallo lässt die karte das mal bitte so da oben haben wir noch ein äffchen sehe ich gerade und alter die karte bewegt sich von alleine ich tue gerade nix da unten haben wir auch noch was es ist genau hinter uns genau hinter uns hallo auf unserer ebene ne ja da ist auf jeden fall die automap ach da kommt man von der anderen okay da kommt man von anders lang alter was ist was ist denn hier los ich tue überhaupt nichts aber irgendwie spinnt die karte total äh karte okay ähm wir haben da hinten noch ein f okay die karte flippt total aus ich weiß gar nicht was los ist ich kann auch nichts dafür dass die karte so ist huch da haben wir noch was eingesammelt okay okay warte alter das ist jetzt total behindert mit der karte so rund runter hoch rechts so hier da haben wir es ja oh das war ja naja das war jetzt nicht so schwer sehr schön das hätte schwieriger sein können gebe ich zu bfg 9000 modell kühner typ nicht hühner typ sondern kühner typ so hier müssen wir ähm muss ich erstmal hä ich bin verwirrt okay da kommen wir nicht lang dann müssen wir wohl wirklich den teleporter benutzen vielleicht öffnen sich dann ja wieder auf wundersame weise irgendwelche türen ah das ist glaube ich die autokarte sehr schön die automap entschuldigung schön wie sich das hier alles so bewegt ist ist toll ist toll jetzt hat man die karte noch viel weniger äh äh ähm alter das ist echt störend so die karte wie es scheint ist nicht ganz so groß das ist gut ja erstmal erstmal wieder ein bisschen rumlaufen wa das war low das war gut erwischt nicht erwischt hey lass das mal ja okay hier es die granate ich sehe ja schon ihr habt hunger erwischt man komm her du schwein so jetzt haben wir ihn so sehr gut aha aha hier wird schon wieder rum gedämon was wollt ihr denn hier ne 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 aha was gab es denn hier für einen krieg dass hier naja menschen rumliegen oder menschliche skelette sagen wir es mal so sind ja nicht wirklich menschen die hier rumliegen sondern eher menschliche skelette ah ich glaube dafür brauchen wir einen gelben schädel doch wo kriegen wir den hier brauchen wir einen blauen schädel doch wo kriegen wir den rüstung ist voll das sieht so fies aus hier unten das sieht wirklich so fies aus da kommen wir nicht hoch dann nennen wir den hüppi hüppi guten tag da drüben die rüstung brauchen wir gar nicht wir sind voll mit rüstung hey cool der sieht cool aus den finde ich geil chrom chrom modell wa cyberdemon silbertyp naja gut silber sehr schön so aber ah oh die karte ey was ist hier los mit der karte aber wo jetzt denn lang ah da rechts kann man noch also hier runter und rechts ah da ist die blaue tür ja ich sehe wir müssen durch die blaue tür aber da wollte ich alter das ist wirklich anstrengend mit der karte muss ich mal sehen ob ich nicht gleich doom neu starte weil das ist echt echt nervig hinter uns hier lang das ist auch verschlossen ja scheiße jetzt muss ich gleich erstmal neu starten ich weiß nicht wo der sich festgehangen hat mit dem mit dem zeug wo kriegen wir jetzt das blaue ding hier machen wir hier nochmal einen hüppi hüppi gehen wir hier mal rüber hier qualmt es aus unerfindlichen grund ja ich weiß leide die leiden immer alle so in der hölle ist die wirklich so schlimm hui ist das da hier geht es ja sogar weiter hoch hier ist ja sogar der gelbe schädel äh 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 hilfe ah hier können wir uns noch da da können wir uns rein verstecken ich hoffe dass das ist richtig mach mal hinne ja wir haben nicht den ganzen tag Zeit für den Kappes la 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 na hoch geht schneller wa das kommt garantiert nochmal runter äh alter ich dachte gerade das ich dachte gerade das kommt nochmal runter da oben war bestimmt irgendetwas wa ne ey die Karte ist wirklich scheiße gerade ich weiß nicht was los ist mit der Karte da fehlt noch ein bisschen was ne la 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 einfach hier herumfliegen einfach hier herumfliegen weil die Karte irgendwie doof ist da war die Tür da kamen wir nicht durch dafür brauchen wir irgendeinen Schalterknopf aua kommen wir jetzt kommen wir jetzt noch zurück ich hoffe mal da ist der ah Agent Agent Energie aua ja lauf doch ruhig lauf doch ruhig durchs Gift ist ja egal ja ich weiß finde ich auch aber trotzdem ist nicht nett wo wir unten sieht's was wollt ihr denn ihr seid eklig so hopp so was haben wir hier Unverwundbarkeit ja dann können wir auch durchlaufen so oh schön oh noch schöner so das nehmen wir gleich mit keine Zeit verlieren solange wir noch unverwundbar sind können wir den abschießen was war das denn achso das war die Unverwundbarkeit die weg ist da leuchtet doch ein Stein da leuchtet ein Stein da leuchtet ein Stein verdammt da leuchtet ein Stein ist da irgendwas sieht nicht danach aus aber da leuchtet ein Stein wenn Steine leuchten muss doch irgendwas sein oder nicht da der da der leuchtet leuchtet mich nicht einfach an okay der leuchtet mich nur an so da links können wir aua 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 was ist los ach du scheiße ach du scheiße ich bin jetzt mal raus hier du bist so doof ey ich kenne dich vielleicht Alter pass mal auf mit deinem Flammenwerfer und warum geht der Flammenwerfer durch die Tür nee 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 das war der hinter dir ja okay ich mach richtig so wups Entschuldigung Pinky geh immer das da jam 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 au so und weg geh immer dein Schnüchel hier danke so darf ich wieder zurück Energie aua 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 Energie aua 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 wie kommen wir denn jetzt da warte mal ist es wo ist denn das hier rechts wow Pinky Hilfe bitte au das war nicht nett aber das auch nicht Kiefer so kommen wir jetzt da unten hin hier tut sich nix auf aua 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 giftig 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 aua 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 weiß nicht ob es sich jetzt wirklich gelohnt hat aber wir haben es gemacht das hier lohnt sich auf jeden Fall oh hier der sitzt auch nur rum ja unsere Argent Energie sehr schön ich freue mir einen Cola Keks Cola Keks Kekse so auf was gehen wir auf Rüstung war wir haben ja gerade gar keine mehr sehr schön volle Rüstung ich weiß nicht was das ist vielleicht das die Sauggranate oder wie das heißt oh ein neues Protokoll Pinky ist ein komischer Name für so ein Vieh ich weiß trotzdem immer noch nicht was mit der Karte los ist da unten kommen wir nicht hin da brauchen wir was blaues aber da ist da kommen wir wohl nochmal irgendwann hin aber dafür müssen wir erst durch die gelbe Tür darf ich mal bitte was erwartet uns hinter Türen Nummer 3 jawau ein Knopf äh alter ich bin wirklich drauf reingefallen naja dafür ist er jetzt tot drückt den Knopf so wir können ja mal diese Waffe hier wieder nehmen ja ok das war recht low hier ist nämlich gar keiner hier könnt ihr mit Granaten spielen wenn ihr wollt ist gar kein Problem ich bin da ja nicht so geh mal weg da bist du schon tot bist du schon tot bitte ne 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 ach ja ich mag den Raketen äh die 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 Schrotflinte die finde ich irgendwie am coolsten so da taucht wieder was großes auf das können wir aufschneiden das ist gar kein Problem da kriegen wir sogar noch schön viel Munition und haben wieder volle Munition was ganz gut ist noch so einer viele gibt's denn von euch so weg eine Tür wunderschön wenn wir da mal nicht hochkommen wa oh guten Tag muss auch erstmal drauf kommen oh der ist ein bisschen Cyber mäßiger dann nehmen wir schön unsere fette Knarre hier und haben den schon erledigt äh darf ich mal huch ich darf nicht das ist nicht nett ach mein ich wollte den schon wieder glory killen aber ich durfte nicht fies wie sieht's eigentlich aus bei uns töte eine verlorene Seele mit einem ja gut das ist muss ich gegeneinander fliegen lassen oder so ne ohne Treppe ach ne doch nicht eine Treppe eher eine tolle Treppe eine ganz zauberhafte Treppe war das das ist